Servus Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Counter-Strike. Passt mal auf, ja. Schreibt in die Kommentare einen Vorschlag für ein Handicap oder eine Bestrafung für die kommenden Folgen und votet die Vorschläge nach oben, die euch gefallen, ja. Das hat in der Vergangenheit sehr, sehr gut funktioniert. Bitte macht das weiter. Also spamt die Kommentare ordentlich voll. Liked gerne das Video. Ich versuche 80.000 Likes zu erreichen. Das wird doch bestimmt klappen. In der Beschreibung findet ihr auch unsere Steam-Gruppe. Limitless Gaming GmbH. Guckt ihr gerne vorbei und ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der Folge. Jo Leute, ich bin's wieder, euer Sturzy und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge CSGO Wingman mit ihm hier oben, dem Philo. Hi, ich bin's mal wieder so heftig. Oh, scheiße, meine Katzenauern. Ja, wir sind wieder zurück. Eine weitere Woche, eine weitere Folge. Es geht weiter. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Deshalb gucken wir einfach direkt mal in die Kommentare. Ich habe da schon echt richtig heftige Kommentare gelesen. Was müssen wir für Bestrafung machen, wenn wir die Spiele verlieren? Jeder muss eine Augenklappe tragen und nur mit einem Auge spielen. Von Devo. Ist auch ein Zähn, finde ich. Bestrafung. Kein W. Vorwärtslaufen. Also nur A, S und D. Das sind alles Sachen, die uns richtig bumsen könnten. Okay, wir haben hier noch eine Bestrafung von Matze L. Hatten wir die nicht schon mal? Er schreibt, ihr dürft W nicht loslassen. Ja. Ja, wird geil. Geile Bestrafungen. Vielleicht nochmal am Rande bemerkt. Unsere Gruppe. Limitless Gaming. Genau, Sekunde. Über 1000 Mitglieder. Wuhu! Also vielen lieben Dank für alle Leute, die gejoint sind. Und noch eine kleine andere Sache. Wir haben ja in einer Folge erwähnt, so, yo, schickt uns mal euren ganzen Stuff. Und es kam schon super, super viel rein. Richtig, richtig viel ekelhafter Müll kam schon rein. Und die ganzen Leute hier, ihr seid jetzt alle im Video. Zack, 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 zack hier. Vielen lieben Dank an euch alle. Ja, wir haben uns heute wieder ein bisschen eingestylt. Wir sind G2-branded. Ist nice. Bei Philos Folge letztes Mal haben wir alle drei Spiele mal wieder gewonnen. Letzte Runde war insane spannend. Guckt auf jeden Fall noch mal vorbei. Und wenn wir alle drei Spiele in einer Folge gewinnen, ist es natürlich so, dass wir für die rauffolgende Folge eine Bestrafung für die erste Runde, beziehungsweise ein Handicap für die erste Runde anwenden müssen. Das Handicap bei deiner Folge haben wir ausgelost. Und es war, wir müssen jedes Callout, was wir bringen, müssen wir reimen. Ich würde es noch ein bisschen verschärfen. Wenn wir es nicht reimen, dürfen wir nicht weiterspielen. Also wir müssen uns dann ganz kurz hinstellen und nichts machen. Okay. Also bevor wir nicht den Reim gedroppt haben, dürfen wir nicht weiterspielen. Okay, okay, verstehe, verstehe. Ja, ja, okay. Ja, perfekt. Runde eins. Ich freue mich drauf. Ah, endlich. Meine Desert Eagle. Close, close, close. Alter, ich hatte gerade mega lag. Oh, beide, beide. Bisschen dev, bisschen dev, bisschen dev, bisschen dev. Rechts vielleicht einer schon. Er hat einen Headshot, er hat einen Headshot. Nee, nee, nee. Scheiße. Wie haben wir die nicht gekillt, Alter? Ich hatte gerade übelste Lacks. Ich hatte richtige Lacks, das sieht man tatsächlich. Es ist ja nicht meine Ausrede, Leute. Kommt eine Gegenflash auf jeden Fall. Der hat auf jeden Fall einen Hit. Auf jeden Fall einen Hit rechts, close wahrscheinlich. Nice one, nice one. Let's onside. Let's onside. 60er... Was? Der kauft... Der cheatet. Schatzig, der cheatet. Warum? Der, guck mal auf seine Comments. Geh mal auf sein CSGO-Profil. 224 Comments happy, 223 Teacher, 323. Ich glaube nicht, dass der cheatet. Du wirst es sehen. Nein. Hier, zack, weg. Siehst du? Was für ein Cheater! Ja, ich cheate ja auch. Ich cheate ja auch. Das ist ja der Unterschied. Ah, ach so. Ach, wir müssen reimen. Wir müssen reimen. Ja. Oh, fuck! Lang steht einer. Einer ist short. Jetzt gibt's einen Mord. Einer mit der Scout. Der wird mir gleich mein Leben klaut. Oh, Headshot. Das ist ein... Dreckspot. Okay, dann werde ich einfach zu wenig sagen, um nicht allzu lang zu vertagen. Ich höre short steps. Ich fleisch schon lang raus, dann wird die blinde Maus. Ich höre short steps. Das sind Plebs. Lang hinten. Bin low HP. Ich zieh gleich Schnee. Er ist short und hat Hits. Er ist nur ein kleiner Nougat-Bit. Der aimt mich dort ab. In seinem Kopf schieße ich jetzt meine Bullets ab. Ja. Einfach nichts ab. Jawoll, Junge. Oh mein Gott. Digga, das ist so schleiße, peinlich, unangenehm, ey. Ich gebe ihm ein One-Tap auf lang. Die Leute killen, dann können wir chillen. Äh. Das ist mein Drang. Er ist lang. Er wird sich eine fangen. Die Granate war gut. Ich habe jetzt mehr Mut. Ich höre short steps. Ich höre short steps. Äh. Short steps. Ich bin tot. Er hat die Hälfte seines Lebens an mich verloht. Für was? Ich check jetzt lang. Das ist mein Drang. Scheiße. Scheiße. Die Flash lang raus. Da kommt sie nicht aus dem Haus. Flash ist lang. Äh. Ich stehe mein Mann. Ich pushe. Ciao. Äh. Pass auf, dass ich nicht nuschel. Pusche. Alter. Alter, das ist die schlechteste Bestrafung überhaupt. Es ist schon richtig scheiße. Pass auf, lang auf. Da guckt die. Da kam eine Flash. Da guckt der Mann raus. Pass auf, wie ich ihn bash. Ich gucke da. Niemand da. Vielleicht kommt er da. Äh. Äh. Ich habe eine goldene Scar. Ich bin weiß. Ich bin geflasht. Das heißt. Ich pushe jetzt. Pass auf, wie ich ihn hab zerfetzt. Ich mache Cash. Er ist hinter den Barrels. Äh. Ich komme hinter dir mit. Wir fliegen auf drei rum. Eins, zwei, drei und bumm. Und Polizei. Bin tot. Schön. Ich habe ihr einen Headshot gegeben. Ähm. Niemand kann ihn beleben. Was? Du warst einfach so festgefroren auf eine Stelle. Du bist dem gar nicht mehr verfolgt mit dem Crosshair. Ich habe Blutgeschmack im Mund. Ich fühle mich wie ein Hund. Schon wieder. Du Biber. Ha. Ich granatiere lang rein. Das ist fein. Okay. Lang war einer. Ein Zweibeiner. Lang macht es Geräusche. Äh. Pass auf, wie er jetzt äh. Kommt ins Gebäude. Short tot. Lang, lang. Letzter lang. Äh. Er ist in Not. Lang rechte Seite. Du musst rein. Dann ist er pleite. Hat ein Hit. Okay. Er hat Hits. Im Genick. Schön. Er hat Hits im Genick. Ein schöner Reim. Digga. Okay, Stessik. Ich gucke jetzt lang und probiere sie zu fangen. Ich pushe Short. Hoffentlich Doppelmord. Hoffentlich Doppelmord. Lang kommt eine Granate von der Beate. Oh mein Gott. Ich uhge so einen Drittlässer. Okay. Der letzte ist lang. Er hat den Drang zu killen deinen Mann. Hilfe, 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 Hilfe. Er hat einen Digga-Hit, aber er ämpft hier gerade mit dem Scout ab. Auf drei. Eins, zwei, drei. Du musst rein. Okay. Ja gut, damit ich's euch gestorben. Nee, das hast du verdient. Der hat minus 40 HP. Das war für ihn kein vierblättriges Klee. Er war doch da, oder? Ja. Schön. Oh, war das schön. Möge ich seine Familie verhöhen. Ich werde mich Short stellen. Und Einen Mord. Äh, meine Mordlust stillen. Und meine Mordlust stillen. Ja, stillen auf stillen. Ja, okay. Ich sehe niemanden. Short höre ich einen Step im Wasser. Er wird zerfetzt. Der Bastard. Schön. Ich werde jetzt lang pieken. Und dann werde ich brechen seinen Gnieten. Ich gucke Short mit einer Diegel. Er hat mich gehittet und ist Short. Begeh bitte diesen Mord. Drei, zwei, eins. Nee, werf doch bitte deine Granate. Ansonsten rufe ich an Renate. Ich werfe ein Molotow. Äh, ansonsten trinke ich eine ganze Flasche Uranoff. Würde ihn rushen und erhaschen. Hab ihn, äh, diesen blöden Spacht. Ja, macht Sinn. Aber es sieht doch gerade ganz gut aus. Wir töten sie. Ich bin weiß geflasht. Und sie sind ein Gaumenschmaus. Von den Gegnern echt. Ich werfe lang ein Molotow rein. Und dann werde ich die Kills machen in meine Rüstung rein. Ich flashe Short und begehe bitte dann den Mord. Ich glaube, ich habe Short Steps gehört. Lang ist draußen. Okay. Die Banausen. Weg damit. Letzter Short. Äh. Ja. Check am Deck. Was zur Hölle? Ist okay, ist okay. Neh mich hin. Neh mich hin. Ich mache einen Molotow auf Lang. Das wird sie fangen. Ich werfe die Granate in die Röhre rein. In der Hoffnung, dass ich abfetze sein Bein. Würde eine Granate lang reinwerfen. Um im besten Fall seinen Maid zu nerven. Oh. Äh, sie sind Short. Begeh Mord. Das lenkt sie vielleicht ab. Wir machen jetzt nicht schlapp. Er hat mir gerade zwei Headshots gegeben. Einer ist lang. Der ist tot. Verleih ihn dir ein. Ich glaube, ich habe nur bis jetzt getroffen sein Bein. In der Runde musst du ab und zu mal auf mich schalten. Ich mache hier so dumme Wallbanks. Du hast 14 AP. Bleib hinterm Schnee. Okay. Ich sehe keinen Schnee, aber ja. Das war eine Metapher, du Gaffer. Ah, alles klar. Enjoy back, kids, and turn off backtrack. Ich bin ein Fatsack. GG easy. GG easy in den Chat. Wir haben sie gemacht. Und das war nicht nett. Das war eine absolut geile Runde. Alter. Erste Runde gewonnen. Vielen Dank an die Challenge. Hier nochmal der Kommentar eingeblendet, Digga. Ja, Leute. Ich würde sagen, Runde 1 gewonnen, Digga. War völlig easy. Runde 2 geht weiter. Ja. So viele. One tap. GG, Digga. Ich bin Sturzy, Gamer mit Herz. Ich würde sagen, wir haben jetzt keine Bestrafung oder Challenge mehr. Wir gehen jetzt rein und gewinnen unsere... Wir sind mittlerweile halt bei locker irgendwie 14 Runden oder so'n Shit. Ich weiß es gar nicht. Einfach ohne Niederlage bis jetzt. Oben keiner. Lang steht einer. Hab ihn, hab ihn. Schönes Ding. Abgefangen. Hat gemacht Kling. Aber der ist hier hinterher... Wow. Der war gut. Der hat 12 damage bekommen noch. Schön, Mann. Ey, der hat das gut gemacht. What the fuck. Ja, die Runde war easy. Ich kauf mir Yeezy. Ja, nicht mehr rein, Digga. Ich weiß. Bei der Mitte, bei der Mitte. Rushen. Also kann ich oben einfach lang gehen, ja? Oh, hab einen. Ich bin low. Der andere ist bei mir. Der kommt nicht pushen. Ja, hat mich, hat mich. Hat jetzt die Galil. Scheiße, scheiße. Du könntest einfach planten. Du könntest dich einfach irgendwo verstecken, auch. Nee, nee. Weil er muss nicht pushen. Warum bist du gesprungen? Einer steht hier, glaube ich. Ab einen. Der andere ist hier auch onside. Ja, ja. Ja, ja. Hab ich, hab ich, hab ich. Limitless Gaming GmbH. Willkommen Gaming mit Herz. Scherz, no joke. Wie krass ist es eigentlich, dass wir bis jetzt halt wirklich nicht einmal verloren haben? Das ist insane. Ich weiß auch nicht, wie. Ich hör beide Mitte irgendwo. Ich schnieg gerade hoch. Ich hab halt nur Angst. Okay, er hat mich instant gewonntappt. Er war oben auf den Barrels drauf bei den Construction-Dingen. Er ist faulty auf jeden Fall. Nevermind. Ah, ich hab ihn sogar gehittet. Hast du ihn durch die Wand gedrückt, oder was? Ich glaub, ich hab ihn durch die Wand vielleicht einen Headshot gedrückt. Oh, der hackt. Ich hab mir ganz kurz einen Energiegedrängt. Mach's mal. Bin ich jetzt wohl auf mich allein gestellt, ne? Ist manchmal so. Ist ein ungünstiger Zeitpunkt in der Sicht auch so. Aber bin ich einfach besser und kann es trotzdem handeln? Ja. Auf jeden Fall. Warum kann ich das? Weil ich limitless Gamer bin. Oh, es läuft noch. Oh. Das war das Problem jetzt, weil Sterzig wiedergekommen ist. Lösch die ab. Nice, komm her. Ja. Geh auf meinen Kopf. Oha. Gerne machen nochmal. Ja. Bin tot. Der hat 50 HP. Oh. Die sind Mitte, die sind Mitte. Oh mein Gott. Nice one. Die sind immer noch Mitte. Der hat kassiert. Okay. Gleichzeitig pieken. Go. Go. Let's go. Oh, der Spray. Oh. Der ist runtergefallen. Ich habe ihn so vernichtet, ey. Marshall. Unschön mit dem Ohren wackeln, ne? Nicht vergessen. Ja. Mit jedem Stück Gaming hier, das wir on top haben, sind wir auch einfach ein Stück besser. Ja, aber das ist ja auch wirklich so. Wir können den Boost machen. 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 Nein. Der hat aber 78 in drei. Eine Nate. Okay, der letzte hat 78 in drei. Du hast die Bombe nicht. Wo liegt die? Ich glaube, Mitte hast du die fallen gelassen. Schaffst du nicht mehr. Das war mein Fehler. Scheiße. Der eine Missklick. Oh, Junge, ich habe aus Versehen losgelassen, weil ich dachte, ja, ich stehe auf. Das war sehr, sehr, sehr Limit, ne? Limit ist Gaming, Digga. Limit ist Gaming. Ich glaube, die kommen oben drüber. Ja, die kommen beide hin. Einer links schon am Spawn. Hat Hits. Und einer oben. Oh mein Gott. Einer hat Hits. Schön. Letzter auch da. Letzter auch da. Schön, schön, schön. Was? Okay, die kriegen jetzt richtig aufs Maul. Das dürfen wir nicht auf uns sitzen lassen. Schön ist der. Schön. Oh Gott, da war alles schlimm dran. Oh, der letzte Slow. Letzte 70 HP. Bombe liegt noch oben, Mitte. 70 HP. Mach Mac-10. Mach Mac-10, bitte. Bitte mach Mac-10. Junge, wir dürfen das nicht verlieren. Danke. Du darfst nicht, du darfst wirklich nicht. Also, Trollen ist hier gar nicht angesagt. Oben Steps. Oben kommen beide. Oben kommen beide. Oben kommen beide. Oben kommen beide. Ne, unten beide rushen. Sorry. Einen hab ich. Einer war auch da. Hat Hits. Schön. JJ easy. Eigentlich muss jetzt bald mal wieder ein Rank-Up kommen. Wirklich. Ja, ja. Jetzt auch mal. Ich hab mal wieder richtig Bock auf ein Rank-Up-Dancing. Ja. Rank-Up. Rank-Up? Geil. Dancen. Okay, das war Banger. Okay, nächste Runde, Leute. Letzte Runde. Schon wieder gewonnen. Letzte Runde heute. Ich bin sehr gespannt. Die letzte Runde war auch wieder mal easy. Weißt du eigentlich, was für ein Druck auf uns herrscht? Jede Runde könnte die erste sein, die wir verlieren. Wir müssen eigentlich permanent Angst haben. Oben, oben, oben. Auf jeden Fall einer. Hat einen Nate gefressen. Oben dead. Ich hab auch gerade bei der letzten Runde immer das Gefühl, dass es so die... Draußen, draußen. Okay, chill, death. Chill, death. Bei der letzten Runde hab ich immer das Gefühl, als ob das knapp werden könnte. Oben. Hat einen Hit, aber nur Brust. Ist der da? Schön. Was hat er denn gedacht, hä? Geil, erste Runde gewonnen, war easy. Ich hab nur ne Deagle, ne? Schön. Okay, der ist low. Sehr low. Oh! Lass ein bisschen verdeckt spielen jetzt. Na gut, na gut. Wir spielen ein bisschen einfacher. Guck mal, die haben hier die Kack-Corner weggenommen. Oben, hab ich selbst gehört. Muss mir nur helfen, wenn sie runterspringen. Ja, dann schrei einfach kurz. Können die auch da kommen? Also ganz lang? Wenn sie durch den Spawn gehen, ja. Könnten gerade da kommen. Also Mitte. Die kommen da wirklich. Einer, zwei. LOL. Boah. Wer ist er denn, Alter? Er hat mich überhaupt nicht gesehen. Ich komm hinter den Scherz, man. Ich lenke die ab. Chill your nip. Oh mein Gott, einer ist runtergedroppt. Ich hab's nicht mitbekommen. Einer schon draußen. Aber du hast einen guten Spot. Das erwarten die nicht. Glaube ich. Nice. Was? Oh, schade. Aber wie kann der nicht tot sein? Schade. Wie viel hast du ihm gegeben? 44 nur. Ja, ja. Pass mal auf. Ich mach das. Einen hab ich. Der andere ist noch links. Könnte jetzt... Der ist nach links, glaube ich. Der kommt hier. Der kommt hier. Ja. Ja. Oh mein Gott. Limitless. Alter. Alter, mein Herz. Ohne den Zeugs hättest du ihn gerade nicht geholt, glaube ich. Ja, nee. Hätte ich nicht geschafft. Hier unten? Oh, hier kann man... Hier kann ich hoch. Oh mein Gott. Oh. Oh, er hat mich. Er isloat. 20 HP. Einer oben, einer oben. Schade. 92 in 3. Ich troll jetzt nicht mehr rein. Ich troll jetzt nicht mehr rein. Ich geh hier lang. Kommen beide hier hinten wieder auf der Seite? Ich check oben. Wollen wir down? Der letzte 50 HP. Ich hab ihn einmal mit der Diege gehittet, leider. Ja. Aber er kann aus dem Eingang rechts kommen. Er ist da. Schön. Close call. Nein, what the fuck. Wie viele? 40 nur. Ich hab nur einen gesehen. Schön. Oh, lol. Was ein... Ah. Scheiße. Okay, kein Ding. Es ist 4-4. Hackers. Wir haben noch nie verloren, Sterzig. Streng dich an. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Wir haben Armsleeves. Gar kein Ding. Mach def. Mach ruhig. Die haben USP. Ich hab ne Glock. Einer ist hinten. Warte, ich komm bei dir unten. Hab einen. Schön. Der letzte hinten. War der das? Hab ihn. Schön. Brauchen wir aber was machen. Wir kriegen es hin. Wir kriegen es hin. Gar kein Ding. Oder hier. Oben drauf wieder einer. Okay, ich hab nen Hit kassiert von seiner Diege. Der andere ist oben. Der andere ist oben. Oh nein, ich bin tot. Scheiße. Ähm, lass uns outside pushen. Geh du nach oben, genau. Weiß nicht, ob das Sinn macht, wie anders. Ich geh in deren Spawn. Er war in der Ecke. Diese scheiß Cap. Er war da drin. Er ist da close. Geh links rum. Und warte ab. Du hast noch 50 Sekunden. Gar kein Ding. Oh, war das Lucky. Oh. Schade. Der rushed outside, der Hunde. Schön. Der hat Half-Life. Der hat Half-Life außen. Geh einfach durch. Geh einfach auf den Spot. Er hat 50 AP. Weniger sogar. Kann auch links stehen hinter dem LKW und sowas. Ja. Ich weiß. Ja. Oh. Zum Glück ist er scheiße. Well, eh. Well, eh. Yeah. Ist Klaus mit Shotgun gewesen? Ja, renn einfach weg. Ren einfach weg vor ihm. Hier kommt einer auch mit Shotgun. Hab ich. Länge links ab bei ihm. Ja, ich guck. Niemand hier. Niemand hier. Der steht hinten. Er hat 20 AP. Ist rechte Seite hinten. Rechte Seite hinten. Da. Genau da ist er. Ja. Kann auch jetzt wieder links gegangen sein. Aber er ist auf jeden Fall da. Und hat 20 AP. Okay, rechts liegt AK. Ich glaube, brauche ich nicht. Tatsächlich. Wer nicht. Okay, der war rechts. Der ist auf der Tribüne, Mann. Da? Ja, ich bin mir ziemlich. Ich würde wetten. Gott sei Dank hast du recht. Let's go, Mann. Ey, booste mich mal da. Oder ich booste dich. Ich booste dich da. Vielleicht kann man da was sehen. Kommt da wer oder was? Ja, da war wer. Ecke steht. Und rechts. Sind am Zelt. Oh, Leute. GG. GG. Woo. Oh. 2 Rank-Up-Dances in einer Folge. Komm, sei abrankt. Komm, das wäre insane. Komm, bitte. Rank-Up. Ich habe so viel gewonnen. Bitte. Nee, kein Rank-Up. Ach, Mann doch. Wir haben wieder alle Spiele gewonnen. Das bedeutet für uns, es gibt für die nächste Folge bei den lieben Philo wieder ein Handicap für die erste Runde. Oh, unsere Quote steigt und steigt und steigt. Ohne Loss. Es ist wirklich insane. Also Nummer 1 ist von Tralehen Bestrafung kein W vorwärtslaufen. Also nur A, S und D. Dann haben wir von Devo, jeder muss eine Augenklappe tragen und nur mit einem Auge zu spielen. Und dann haben wir von Matze L Bestrafung, ihr dürft W nicht loslassen. 1, 2 und 3. So, wir gehen auf random.org. Alle drei Bestrafungen wieder sehr cool. Und Generate. Die Nummer 3. Oh, W nicht loslassen. Wir dürfen W nicht loslassen. Alter. Was heißt, wir dürfen ja nur MP spielen. Nur MP, ja. Nur MP. Oder Scout oder, ja, basically. Nur MP. Gut, alles klar, Leute. Es hat riesig Spaß gemacht. Wir sehen uns nächste Woche wieder bei Philo. Schreibt bitte alle eure Vorschläge und alles, was dazugehört. Ideen. Schreibt alles in die Kommentare. Wir grüßen hier alle. Tralen, Digga. Waycrazy. Dr. Mux. Vielen Dank für eure ganzen Kommentare. Es ist uns wirklich ein Fest, da immer reinzuschauen. Ja. Kuss an euch. Bis zum nächsten Mal. Check Philo aus. Und slap auf den Ass. Oh. 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 Bis zum nächsten Mal.